War es vielleicht doch ein Gläschen zu viel? Mit dem Alkoholtester ACE AF33 wissen Sie es sicher. Das Gerät im praktischen Handyformat arbeitet mit einem elektrochemischen Sensor, der für exakte Messungen sorgt. Damit kann es der AF33 in Sachen Genauigkeit sogar mit professionellen Polizeigeräten aufnehmen. Die Mundstücke lassen sich auswechseln. Das ist sauber und hygienisch. Für eine bessere Handhabung ist das Mundstück sogar beleuchtet. Die Bedienung ist kinderleicht. Innerhalb weniger Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. Dann einfach in das Mundstück pusten und schon wird der Alkoholwert ermittelt. Mit seinen schlanken Maßen passt der AF33 in jede Tasche und ist so überall dabei. Wissen, wann es reicht. Der ACE AF33 unterstützt Sie beim verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.